Hallo, ich bin Frank und begrüße dich zu diesem Tutorial. Ich surfe im Internet und überall, wo ich bin, hinterlasse ich Daten. Das will ich heute mal sichtbar machen und zwar möchte ich eine Mindmap dazu erstellen. Dafür verwende ich die App Mindly und diese App zeige ich dir in diesem Video. Möchtest du Mindly herunterladen, dann geh zu Google Play oder zum App Store. Ich verwende die kostenlose Version Mindly, Mindmapping, mit der kannst du drei Mindmaps erstellen. Mit einem Tipp auf das Plus öffne ich eine neue Mindmap. Das hier ist die Mitte unserer Mindmap, das Zentrum, um das die anderen Wörter kreisen werden. Ich nenne es meine Datenspuren. Bestätige mit dem Häkchen. Auf dem äußeren Ring sind Pluszeichen. Hier kann ich weitere Wörter einfügen. Das mache ich mal im Schnelldurchlauf. So, beim Punkt Social Media Kanäle will ich jetzt zeigen, welche Social Media Plattform ich nutze. Ich tippe den Punkt an und kann hier, genauso wie in der Oberfläche vorher, wieder neue Punkte hinzufügen. Ich möchte noch die Farben ändern. Dazu tippe ich nochmal auf den Punkt Social Media. Gehe auf Farbe. Ich suche eine Farbe aus. Und für die unteren Punkte kann ich das auch machen bei Schema des Unterelements definieren. Ich möchte jetzt zurück zu der ersten Ebene, zu meine Datenspuren. Da tippe ich einfach oben links drauf und fülle noch die anderen Punkte mit Inhalt. Jetzt bin ich fertig. Ich möchte die ganze Mindmap nochmal anschauen, also tippe ich auf das Mindmap-Symbol. Das sind meine Datenspuren im Internet. Die Mindmap kann ich auch online verschicken. Wir arbeiten hier mit der kostenlosen Version. Das heißt, ich kann die Mindmap als Mindly-Projekt oder als PDF verschicken. Okay, das war's auch schon. Jetzt kannst du eine eigene Mindmap mit Mindly gestalten. Ich wünsche dir viel Spaß mit der App. Und ich bin mal Witcher 3 und ich werde mir bei dir bei dir auf das Video macht. Aber da habe ich noch mal los. Dasылf ich im Internet. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020